Liebe Goldstar-TV-Fans, heute sind wir wieder in Dubai gelandet, aber nicht direkt in Dubai, sondern in der Nähe heute, in Zsa Zsa. Da fällt mir nur die Gabo ein, aber das wäre natürlich ein komisches Wortspiel, deswegen sage ich einfach, wir drehen ein Video mit Anita und Alexandra Hofmann und wir schauen jetzt rein, kommt's mit. Die Hofmanns legen nicht nur in Deutschland alle flach, ich wollte flach sagen, falsch, die legen nicht nur den Verkehr in Deutschland, auch hier in Zsa Zsa. Ja, da bist du eh wie Knotenwitziger, klappt gut. Jetzt kommt leider keiner. Verdammt. Aber was oft? Ich bin noch lange nicht lieber weg, Doch ich hab eins, bin nicht entdeckt. Jedes Ende kann auch kein Anfang sein. Der fährt auch schon ganz langsam hin. Get close! Also, das ist so. Ja, da können wir schon hängen. Now! You like that! Oh, 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 oh. Vira und Tami sind gezählt. Oh, 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 oh. Was für ein toller Tag mit dir. Ich kniff's den Sommer wieder an. Oh, 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 oh. Aber ja! Okay, okay. Ah, gut! Ah, endlich! Ja, so kann's laufen mit Anita und Alexander Hoffmann. Jeder Mann in Deutschland ist, glaube ich, jetzt eigentlich schon ein bisschen zurecht. Tschüss!